Links und rechts schiefe Verteilung beim Boxplot Oft zeigen Dichtefunktionen nicht eine symmetrische Verteilung um den Erwartungswert, das heisst die typische Gestalt der Glockenkurve. Was häufig beobachtet wird, ist, dass die Dichtefunktion sich auf eine Seite neigt. Dabei gilt folgendes. Wenn die Dichtefunktion sich nach links neigt, so ist sie rechts schief. Und wenn die Dichtefunktion sich nach rechts neigt, so ist sie links schief. Die Begriffe links steil und rechts steil sind weniger gebräuchlich. Wenn die Dichtefunktion rechts schief ist, so ist sie links steil. Beim Boxplot zerteilt der Median die Box in zwei Teile, respektive zwei Boxen. Dabei gilt folgendes. Wenn die Box auf der rechten Seite des Medians die größere ist, so ist die Verteilungsfunktion rechts schief. Wenn die Box auf der linken Seite des Medians die größere ist, so ist die Verteilungsfunktion links schief. Die Whisker werden durch die extremalen Werte in der Stichprobe bestimmt. Sie werden im aktuellen Kontext ignoriert. Das ist die Verteilungsfunktion, die Verteilungsfunktion rechts schief.